Herzlich willkommen, Herr Dr. Hauf, zu diesem Interview über die Anfänge der wissenschaftsbasierten Umweltpolitikberatung in Deutschland. Wir wollen über die Anfänge dieser Entwicklungen in den 70er Jahren reden, aber auch ihre neuesten Erfahrungen in diesem Bereich als Vorsitzender des Rates für nachhaltige Entwicklung. Der Übergang von den 60er Jahren in die 70er Jahre mit der Institutionalisierung der Umweltpolitik, war das etwas, was aus Ihrer Sicht vom Staat getrieben wurde? Also Willy Brandt mit dem blauen Himmel über der Ruhr oder war das etwas, was von der Zivilgesellschaft gefordert wurde und die Zivilgesellschaft den Staat getrieben hat? Also Sie sind mir sicherlich böse, wenn ich Ihnen sage, das ist genau die Fragestellung, von der ich meine, die führt in die Irre. Erfolgreiche politische Prozesse, Veränderungen, um nicht das große Wort Reformen in den Mund zu nehmen, die sind nur erfolgreich, wenn es eine Bewegung gibt von unten und wenn es die Bereitschaft gibt von oben mitzudenken und nach Möglichkeit sogar ein Stück weit vorauszudenken. Und nur wenn das zusammenkommt, dann entsteht daraus eine wirkliche Bewegung. Und ich glaube, das war ein wesentlicher Teil der 70er Jahre, dass das glücklicherweise zusammenkam. Ich habe damals auf Anregung von Willy Brandt mir Gedanken darüber gemacht, wie die SPD mit dem Thema Energiepolitik umgehen soll. Er hat mir damals geraten, guck dich doch ein bisschen um, ich glaube, es gibt da interessante Entwicklungen auch in anderen Ländern. Die Diskussionsgruppen in Schweden. Das war ein Versuch der Regierung, so einen öffentlichen Diskussionsprozess zu strukturieren. Und das habe ich sorgfältig studiert, danach eine kleine Veröffentlichung darüber geschrieben. Und das war der Grund dafür, dass wir dann später als Forschungsministerium diesen Bürgerdialog Kernenergie eingerichtet haben. Und dieser Versuch, ins Gespräch zu kommen, der hat sich dann auch auf ganz anderen Gebieten fortgesetzt, im Umgang mit den von Ihnen schon oft zitierten Instituten. Das war eine massive Auseinandersetzung damals, als ich als Forschungsminister gesagt habe, im Rahmen der großen und sehr aufwendigen Studien zur Reaktorsicherheit, die wir damals durchgeführt haben, ich möchte doch, dass eines dieser Institute an diesem Prozess beteiligt wird und ein eigenes Gutachten macht. Und so kam es dazu, dass das Öko-Institut einen Gutachtenauftrag bekam vom Forschungsministerium zum Thema Reaktorsicherheit, sich Gedanken zu machen, übrigens mit Ergebnissen, die man heute noch lesen kann. Und kann man die Unterstützung für den Aufbau und die ersten Forschungsprojekte im Öko-Institut sehen, als eine bewusste Entscheidung, hier zivilgesellschaftliche Kapazitäten aufbauen zu helfen, damit Gesprächspartner auf Augenhöhe vorhanden sind? Oder war das eher ein Zufallsprodukt? Ganz klar, das war die dezidierte Absicht, jedenfalls von den Leuten, die das maßgeblich mit beeinflusst haben. Da gab es natürlich andere, die waren auch anderer Meinung und ein bisschen Streit so darüber. Aber meine feste Überzeugung war und ist, wichtige und große Reformen brauchen starke Institutionen auch in der Gesellschaft, brauchen Wissen, brauchen Sachverstand. Und den muss man notfalls organisieren, dass der vorhanden ist. Wissenschaftler könnten jetzt sagen, die Expertise, die sie brauchen, den Input, den sie brauchen, den können sie in den Universitäten besorgen, den können sie auch in den großen staatlichen Forschungseinrichtungen besorgen. Was ist das Besondere an diesem Öko-Institut IFOI, IZT oder ISUE in Frankfurt? Was ist das Besondere an diesen Instituten? Was macht die besonders nützlich? Ich glaube, dass ihre wichtigste Funktion war, genau in der Entstehungsgeschichte des Umweltbewusstseins dafür zu sorgen, dass die Lernprozesse möglichst rasch durchgeführt wurden für ein Grundverständnis in der Gesellschaft. Was für Risiken drohen tatsächlich? Was für Aspekte wurden bisher nicht beachtet in der etablierten Wissenschaft? Vieles von dem, was dann aus diesen Instituten kam, ist mittlerweile allgemein gut geworden. Und das ist ihre wichtigste Funktion gewesen. Und das ist auch heute noch ihre wichtigste Funktion. Nur früher war es mal so ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie sozusagen die mahnende Stimme war derjenigen, die keine Mehrheit fanden. Lassen Sie mich kurz nochmal an den Anfang zurückkehren. Das Wort von Willy Brandt, der blaue Himmel über der Ruhe. Wir haben versucht herauszufinden, woher der Gedanke kam, woher der politische Druck kam, die politische Energie kam, sich diesem Thema zuzuwenden. Im Wahlkampf spielte das Thema fast keine Rolle und nachher wurde es trotzdem Politik. Nein, ich glaube, das war im Wesentlichen ein Impuls von Willy Brandt und von den Leuten, die er besonders angezogen hat und die ihn mitberaten haben oder die mit ihm zusammen in die Politik gegangen sind. Aber wenn man zurückdenkt und fragt, was waren da eigentlich die treibenden Kräfte, dann glaube ich, das waren dreierlei. Es war nicht die Politik, es war schon gar nicht die Wirtschaft, sondern es waren Bürgerinitiativen, die zunächst mit Dingen angefangen haben, die oft gar nicht unmittelbar mit der Umwelt zu tun haben, aber wir haben es satt, dass von oben nur immer verkündet wird, was richtig ist. Das zweite war die Wissenschaft. Natürlich der Klapperfromm, aber nicht nur der Klapperfromm. Es gab eine ganze Reihe von Wissenschaftlern. Und wer hellwach genug war, hat auch erkannt, dass in der Kunst sich da etwas tut. Es gab da eine ganze Menge anderer Probleme, die sich da quer dazu entwickelt haben, insbesondere die Wirtschaftskrise, die Weltwirtschaftskrise, ausgehend von den Ölpreiserhöhungen. Und das hat dann dazu geführt, dass mit den sogenannten Beschlüssen von Gümlich, das war eine Klausurssitzung der Bundesregierung zum Thema Umweltschutz, Beschlüsse gefasst wurden, die durch das sehr eingedämmt haben, dieses Engagement. Und der vorherrschende Slogan, der damals auch von vielen gebraucht wurde, in Wirtschaft, in Gewerkschaften, in vielen anderen Bereichen. Also erstmal müssen die Schottsteine rauchen und dann, wenn die Dinge laufen, dann kann man auch was für die Umwelt tun. Ich glaube, dass in den letzten Jahren wir auch nicht sagen können, dass die Nichtregierungsorganisationen in Deutschland die wesentlichen Entwickler waren, die die Entwicklung vorangetrieben haben, so wie in den 70er Jahren, ganz zweifellos ohne noch, in den 80er Jahren, teilweise in den 90er Jahren. So mittlerweile ist das Thema auch zu einem Konkurrenzthema zwischen den politischen Parteien geworden. In den 70er Jahren war es noch ein Polarisierungsthema innerhalb der Parteien, also innerhalb der SPD zum Beispiel, sehr umstritten, klar polarisierend, aber auch zwischen den Parteien. Es scheint so Wellenbewegungen zu geben. Zu bestimmten Phasen ist Deutschland die Politik, die Wissenschaft offener für Impulse aus dem Ausland, nimmt stärker wahr und stärker auf, was in denen woanders generiert wurde oder institutionelle Neuerungen etabliert wurde. Und dann gibt es wieder Phasen, wo das nicht stattfindet. Das hängt so mit der politischen Kultur eines Landes zusammen. Die wird wesentlich geprägt durch die handelnden Politik, aber durch vielerlei andere Dinge wird es noch beeinflusst. Und da waren halt, da waren die 70er Jahre, das war auch ein Stück Folge der 68er-Entwicklung. Und dazu kommt die Tatsache, dass wir mittlerweile gelernt haben, wie kompliziert das alles ist und dass da mit pausbäckiger Reformbereitschaft nicht so viel genutzt ist. Und dann würde ich neben den Instituten, die Sie erwähnt haben und dem WZB, vergessen Sie mir bitte, bitte nicht die meines Erachtens überhaupt nicht zu unterschätzende Arbeit des Umweltbundesamtes. Wir haben selber beobachtet, wie das Umweltbundesamt im Jahre 1995, das war die Gründung des Ecologic-Instituts, deswegen weiß ich das so genau, das erste Mal einen Teil des UFO-Plans öffentlich ausgeschrieben hat, durch eine halbseitige Anzeige in der Zeit. Ich sehe das bis heute als, vielleicht nicht beabsichtigt, aber einen genialen Schachzug, auf diese Weise die Wissensbeschaffung über den Markt zu organisieren, Politikberatung in all ihren Facetten über den Markt zu organisieren, aber damit eben gleichzeitig auch den Aufbau von Kompetenz in verschiedenen Einrichtungen. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Erfordernisse, wenn man wirklich seine Hoffnung auch auf die Wissenschaft setzt, dass auch sie sich wirklich öffnet und den Wettbewerbsgedanken nicht abholt ist und da eben nicht eine Hand wäscht die andere da ist und ich schreibe ein Gutachten für deinen Forschungsauftrag und du einen für mich und so. Da gibt es ja eine Entwicklung in der Gesamtwissenschaft, die nicht nur für die anwendungsbezogenen Teil zugutekommt, sondern auch die großen Wissenschaftsorganisationen haben das Problem erkannt und setzen sich sehr aktiv damit auseinander, weil sie sagen, wenn wir das nicht machen, wir verlieren Vitalität, das ist ganz einfach. Und im internationalen Wettbewerb fallen wir dann drastisch zurück. Ich danke mich für Ihre Bereitschaft, hier mitzuwirken. Danke Ihnen schön.